Willkommen zu einer neuen Folge, ähm, Sons of the Forest. Winter Edition jetzt. Was machst du da? Nee, Mensch, im Holzhaus, so ein offenes Feuer, da passiert schon nichts. Nee, nee, nee. Ja, siehste, das ist doch schön. Ja, oder? Was heißt, ganz runter? Da bist du dir. Also, okay. Also, das ist eine gute Variante dieses Mal. Ja, ja, mach weiter. Nee, das ist scheiße. Ja. Ey, top. Oh, guck mal. Haben wir so einen Geigen gebaut. Cool. Alter, das ist so dumm, ne? Das ist so unrealistisch. Neue Bäumene kommen runter. Direkt vor die Haustürlieferung diesmal. Also, wie bei dir direkt in die Haustür. Ja. Alter. Die machen das aber nicht kaputt, oder? Nee, nee. Ich komme hier angeflogen. Das will das denn mal sein, ne? Alter, ich sehe halt nicht mal, wo das endet. Achso. Die prallen ab. Schade. Was? Nee, die sollen eigentlich noch besser ankommen, aber tun sie nicht. Okay. Also, das Dach nochmal neu decken. Alter. Hä? Jo, du kannst gleich alles neu decken. Ich habe hier gleich meine Seilrutsche fertig. Die neueste Generation. Seillutsche. Falls du es nicht so weit bin. Oh nein, was hat der jetzt schon mehr für einen Balken rausgezogen hier? Das ist doch mal gruselig, wenn man nicht weiß, wo. Ah, ein Dachbalken. Na gut, das ist ja noch verkraftbar. Kannst du hier einen Balken hinstellen? Also irgendwo. Kannst du hier einen Balken hinstellen? Komm, wir fummeln. Die Maradona. Ich habe keinen Balken. Okay. So, dann gibt es gleich Balkenlieferung. Jetzt sind ein Dachbalken weg, du. Und die Konstruktion bricht ein. Ja, die Konstruktion. Ja, die Seilrutsche. Ja. Ja. Bump. Oh, hier kommt noch ein Feind. Ich bin da, ich bin da. Buh. 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 Da kommen sie wieder an. Wie lange die auch brauchen. Das ist auch schon ein ganz schöner Berg. Mit E. Ach, das geht? Geil. Oh, ich bin tot. Wollen wir auf mich drauf schmeißen? Hallo? Ja, liegt einer am sterben. Nimm mal den Balken hier weg. Das mache ich auch weiter. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Bin ja nicht ich. Was? Einfach Mikado-Spieler unten. Ja, aber volle Möhre, ey. Hallo. Warum? Stefan, wir würden mit irgendwelchen Randoms spielen. Und zwar so alle paar Minuten. Hallo. Alter, wenn man zu schnell E drückt, dann nimmt er einfach das wieder auf. Das Holzding. Also Holz. Alter! Aua! Was? Was? Sichtweite auf. Zwei Meter runtergestellt. Ich kann dir nichts geben. Nein, du musst ihn so eh auf die drücken können, wie beim Feuer. Ja, ja, den konnte ich gerade. Ach, konntest du? Ja. Was kann ich denn jetzt machen? Ey, komm mal raus. Ja, da ist einer davor, ich weiß. Jetzt ist es, Stark. Jetzt! Ich kann dir nichts geben. Mach mal auf, mach mal auf. Ich kann dir bestimmt was geben. Ey. Hier kommt sie raus, ne? Komm rein. Die hat ne Waffelhand! Ja, ich hab mir grad ne Pistole in die Hand gegeben. Alter, die Tür! Jetzt gehört sie uns. Ich glaub. Geil. Du brauchst denn nur noch mal ziehen holen. Was sagst du denn? Jetzt ist es auf der Karte markiert. Achso. Man kann bergauf rutschen. Logisch. Wer kann das nicht? Alter. Ist nur gefährlich. Alter, den Kopf abgeschlagen. Alter. Ich bin so gut wie tot. Echt? Ey, die machen hier meine Konstruktion kaputt. Ich bin ja wohl. Bin tot. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Inkey.